noch irgendeine aktion und noch irgendwas wenn ich dich noch einmal hier von der kante sehe dann bist du tot könnt ihn töten er wird er runter springen ich hätte ich natürlich marco instant du bist ein toter mann du bist ein absolut toter mann marco du bist einfach ein toter mann ich habe seit vielen runden oder so kein win gemacht das ist okay aber marco der absolut keine wins braucht steht dann da ein win ich meine das war mir ja klar dass er da springt ja weil du ihn gewusst hast ja aber deswegen konnte ich nicht töten also nicht weg machen ich wollte ihn ja eigentlich nicht töten aber jetzt hat er es nicht anders verdient jetzt muss er sterben einfach ein toter mann marco weiß ich hole mir jetzt diesen diahelm und dann bist du tot jetzt bin ich on fire jungen jetzt spiel ich einfach auf diahelm weißt du also ich hab mich auf jeden fall schon mal nicht absolut toter mann wird es jetzt zwar nicht aber ein toter mann bist du marco ich will nicht sagen dass ich gerade genau in dieses loch da eingefallen bin bei den island fans ist aber genau das ist passiert wüsste nicht mal dass das geht dass man da direkt rein springen kann so ein toten mann ein bisschen ja jürgen jürgen ich glaube ich war in der Glacke du solltest lieber für marco beten ich bin grad on fire weil marco ein toter mann ist ich hab mich jetzt schon füllen in so ein toter mann ist marco ich kann jederzeit finishen aber er kann finishen das ist nicht jannik ich dachte gerade es wäre jannik aber es war nicht er hat einfach seine mail gerade aus der welt hat das auch gefinisht ich hab den letzten jump einfach in der letzten sekunde noch von der lighthouse also der eine typ schilder und glaube ich oder ist darunter gesprungen mittlerweile ich glaube dass unter der hinter mir steht ich hab dich glaube ich das ein oder andere mal gehört sonst bin ja tut es mir leid ich hab irgendwas warum wirst du so ein zick zack wollte eh warten dass der letzte tot ist und dann marco klatschen also ich sag mal so jannik wenn du jetzt verkackst das ist feinlich wie viel healpots hat er zwei hallo er hat tausend healpots ich hab halt viel besser als komplett gehabt jürgen ja nein ich glaube das dnt hat ein bisschen damage gemacht ja ich bin halt überhaupt nicht voll marco wenn du mir ein dev drückst ich spiel nie wieder mit dir ich sag's jetzt schon äh du wolltest sie töten ja und jetzt denn warte 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 wehe du gibst ihm das darf es werden äh mach ich gar nicht sonst töte ich dich ich hab ihm ganz sicher nicht mein komplettes secret mitgegeben also so ist das natürlich nicht aber es hat trotzdem noch besser als darf weil du auch besser als darf als ich noch besser als darf wobei oh god das wird eng bitte regeneration sei mal ein bisschen mehr als feuerschaden aber das sollte sich eigentlich ausgleichen ja regeneration 2 ist mehr als feuerschaden das war eine gute genugtuung diesmal einmal auf die andere seite für ach da ist nur bei jahren ja man ich kann nicht mal auf die andere seite schießen aber wie lange brechen sie an siehst du den fall bei dir irgendwo oh das war gar nicht so knapp ich könnte jetzt den kill schenken warte ich könnte jetzt den kill schenken warte ja ok ne der war zu hoch so ne schöne 10 kills runde ja gut dann hattest du wohl doch den ein oder anderen kill mehr als ich ich hab aber auch dreimal marco getötet ja aber du hattest auch davor schon einen mehr oh nein wundervoll so marco jetzt können wir wieder normal spielen alles cool ich hab mich wieder erholt okay so 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 Vielen Dank.